Ich habe etwas Spaß gemacht. Ich meinte, es war ein Speed-Dop. Das ist glaube ich, ja. Es ist cool, wenn es in den Ort ist. Ja. Es ist noch cool, dass du drüben kannst. Ja. Es ist nice, dass du hier walkst. Im Sommer ist halt wieder ein bisschen body. Was ist problematisch, gell? Ja, wirklich Stress. Aber es ist morgen um 7 Uhr. Wir sind jetzt noch easy da, bald mehr. So lange die Krabbe-Sleut gehen. So, Schall, ist es? Es ist ein Speed-Dop, ja. Das ist eine gute Pause. Dann schnell gehe ich hintereinander, dann gibt es die auch oft. Ja, ja. Und nebenan. Das ist eine gute Pause. Das ist eine gute Pause. Dann schnell gehe ich hintereinander. Ich muss noch mal rüber auflaufen. Ja, du kannst. Und dann hat sie noch einen Tarten geholt? Und dann hat sie noch einen Tarten gefahren. Dann ist eben noch ein Tarten. Dann kann man nicht mehr rein. Ja, aber ich muss noch mal rüber auflaufen. Ja, du kannst. Dann pumpen wir noch ein bisschen, also ich, pumpen wir noch ein bisschen. Dann pumpen wir noch ein bisschen. Dann pumpen wir noch ein bisschen. Okay, wir werden wieder in die Haus. Woo, we got it. Thank you, Kal. Die winden dich. Merkst du gut, gell? Wenn der Rhythmus hat, dann ist es immer andere. Alles. Ja.